Musik Ich fühle mich, das ist nur auswärmen. Ich fühle mich, wenn wir so richtig sterben. Okay? Das heißt, wir so urcool sind. Das heißt, wir so urcool sind. Ja, ja. Einer wohnt in das Geschwister. Einer wohnt in Groundabout, und einer wohnt in Mondstag. Okay. Aufhören wir. So was soll ich mich abholen. Dann schreibt er mir, er kommt zu spät. Da bin ich mit dem Öffisch hergefallen. Da läuft er hier rein, geht er mal scheißen. Da geht er wieder raus, raucht eine. Obwohl er es umgekehrt gehört. Eigentlich ja. Ich habe sie lange nicht gesehen. Wir holen ihn heute ab. Wir machen eine kleine Erse in die Vergangenheit. Wir fahren jetzt ins Fox Gym, helfen dem Robert, den ganzen Schutt wegbringen. Weil er die Wand zwischen der Damen- und Männergarderobe kaputt macht. Hätte eigentlich schon während das Fox Gym in Betrieb machen sollen. Habe ich eben immer gesagt oder nicht gemacht. Dann fahren wir den Ring ab. Aber wieso? Weil wir kriegen den Fox Gym Ring. Wir kriegen ein Stück Wiener Kultur. In dem Ring sind so viele Highlights passiert. So viele Match-Ups von Leuten die miteinander trainiert haben aus aller Welt. Aber bald hat er bei uns ein neues Zuhause, Markus. Musst du wieder herbezahlen? Du willst wieder herbezahlen, oder? Ich mache den meisten von dir. Der Tiger bin ich. Was ist das für die Logik? Das ist noch am leichtesten für sich, natürlich. Wir laufen sogar das Doktor. Ja, wir sprinten. Nein, natürlich schon meine Beine. So. So. Ja, fuck! Du bist aerodynamischer. Nur deine Ohren hacken dich auf. Ja. Dago, du sollst nicht hindern während dem Training. Ja. Aber ich hab grad nur mehr jetzt. Aber auf Grindr. Wir sind jetzt auf dem Weg ins alte Fox Gym. Das Fox Gym zieht um in den 22. Wir haben die letzten Wochen alles ausgeräumt. Heute kommen die Matten raus. Teile von Wänden raus. Und weil Martin und dich die Urassgeier sind, haben wir unseren Ring unter den Nagel gesessen. Also den Box Ring aus dem Fox Gym. Wir haben keine Ahnung, was wir damit machen. Wir haben noch keine Ahnung, wo wir hingeben. Aber wir sind bald stolze Besitzer eines Box Rings. Wir wissen nicht einmal, wie wir den jetzt abbauen. Wir wissen nicht einmal, wie wir den abbauen. Wir sind beide handwerklich sowas von oben bekannt. Und wir haben das benehmen und euch mit in den letzten Tag des alten Fox Gyms. Das tut ein bisschen dem Herzen weh. Absolut. Es gibt nichts mehr da, außer Schutt und Matten und den Ring. Und ganz viele Emotionen. Und ganz viele Emotionen. Ganz viel Liebe, ganz viele Erinnerungen. Selbst jetzt, wenn man ins Fox Gym reingeht und es ist nichts mehr da, hat man noch immer diesen leichten Geruch von Teile. Belut, Schweiß, Angst und Teile. Das heißt, man geht nur rein und man hat schon das Gefühl, okay, das Park geht los. Erst die Abonnenten sind schon die Unmissgeboten, oder? Viele. Wieso? Verschleicht. Verschleicht der Kamera. H 현 WACH Verschleicht. Verschleicht er toweln location. Verschleicht. Brudeln. beep beep. Ja, das ist ein bisschen klein. Falls sich jemand wundert, weshalb sie einen Mundschutz drehen. Sollt cool aus. Wirklich, wir sind halt reißen uns versteckt. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn du ohne Zahnschutz machst. Aber es fühlt sich falsch an. Wenn ich keine Zähne habe, brauche ich dann einen Zahnschutz? Das ist eine gute Frage. Das ist doch die 1 Million Dollar Frage. Für die Fotos, ja. Ja und wenn du gewinnst, dass du ihn wegschmeißen kannst. Jetzt nach dem geht, brauchen viele Leute keinen Tiefschutz. Ja. Mir ist der Zahnschutz rausgefahren. Bei meinem Kampf in Brave. Und da habe ich mir auch den Oberkiefer verschmettert. Ohne den Zahnschutz? So, ich habe Zähne gehabt. Aber Oberkiefer war weg. Ich habe Zähne gehabt. Ich habe Zähne. Ja. Ja. Oh ja. Kannst du mal nach ehrlich schnurren? Ja. Aber ich habe nur noch Marco Red. Ist ok. Ok, los! Warte! Dreh dich um zu deiner Alba. Warte! Warte! Hör auf zu binden. Ich bin die größte Hilfe hier. Ich motiviere euch. Das ist der Ring, den wir jetzt mitnehmen sollen. Ja, wenn wir es schaffen, den Markt abzubauen. Das alte Fox-Jumling, das ist Kultur. Das ist der Spirit. Ich werde mich nicht einfach so auf den Schmack mehr zahlen. Sagen Markus und ich, die in einem Schuhplaton leben gemeinsam, also beide für sich, dass wir diesen Ring nehmen. Passt aber nirgends dran. Das machen wir. Ich weiß nicht. Ich würde ihn irgendwo lagern und dann später, wenn ich mal eine Wohnung habe, die groß genug ist, bau ich ihn auf bei mir. Du meinst bei mir? Bei mir. Bei mir, Mann. Ist schon klar, dass das mein Ring wird. Nein, absolut nicht. Ich werde sehr geblutet in den Ring. Aber stell dir vor, dass das Wohnzimmer und du hast einfach einen Fernseher in die Mitte, Couch rein, fertig. Wir werden das kusten, oder? Aber weißt du, der Ring gehört mir. Nein, der gehört mir. Das kommt jetzt auch. Das gibt schon fast kein Zeug. Pass auf, wir machen eine Wette. Wer zuerst erfolgreich genug ist, dass er sich so eine große Wohnung leisten kann, dass der Ring reinpasst, aufgebaut, der bekommt den Ring. Okay. Habt ihr das gehört? Das heißt, ihr müsst so schnell wie möglich liken, teilen, abonnieren, damit ich es mir erlauben kann, diesen Ring aufzubauen. Oder wollt ihr, dass er ihn hat? Schaut, wer alle hacklingen, was er macht. Das Gute ist, Martin hat nur Luft für 20 Sekunden. Dann ist er wieder am Arscher. Los, es wird wieder mal Zeit, auf unsere Kommentare hinzugehen. Bitteschön. Leute, schaut's her. So ein Kabib-Fan ist er. So ein richtiger Kabib-Fan. Ich sag dir ehrlich, ich bin gar nicht so krasser Kabib-Fan. Kabib-Fan, aber da gehört mir, dass aus Russland mitpasst, weil ich nie eine Hülle hatte. They will never beat the Irish. So. Lukas Button, Button oder wie man das sagt. Der hat eine Frage gestellt. Trainer, was habt ihr Corona-Zeit geübt? Lukas, das erste Mal, das heißt jetzt nicht, was habt ihr Corona-Zeit geübt? Das heißt, was Corona-Zeit habt geübt. Okay. Andere, sehr viel. Wie Leo Augenrollenwelle geübt. Ja, ganz genau. Ich bin noch immer hart am trainieren, Leute. Aber sie schaut schon besser aus, oder? Ja, sie ist wirklich ein bisschen besser geworden. Sicher, ich hab geübt. Aber warte jetzt ab beim nächsten Weight Cut, wenn ich meinen Gegner anschaue, wenn ich den hier mache. Wenn wir da kommen und sagen, du darfst nicht kämpfen. Das war ja gar keine Frage. Na, alle beruhig dich. Wir machen später aus dir Gulasch. Okay, wir haben ein Kommentar von GoodLifeProject. Ha, ha, ha. Ein Song über Weight Cut und wer hat die ganzen Pizzen bestellt? Und das ist eine witzige Geschichte eigentlich, weil genau dort, wo wir dreht haben, daneben ist so ein Pizzaboten-Lieferdienst-Mega-Zentrale, wo man sich eigentlich keine Pizza kaufen kann. Du kannst nur den Raumruf und bestellen. Aber Darko mit seinem komischen Jugo-Charme geht hin und sie geben ihm einfach Pizzen und schenken ihm noch Cola und lieben ihn einfach. Ich wette, wenn ich hingegangen wäre, hätten die gesagt, hey Schwabo, geh weg hier. Aber Darko? Hat Pizza bekommen. Ich hab nur einen Sack Reis gekriegt. Darko bekommt immer überall alles geschenkt. Auch in England, wo wir waren. Ich glaube, weil er klein und süß ist, schenken die Leute ihm etwas an. Wir waren in England, das Frühstück ist vorbei um 10. Wir hatten Abwaage, danach kommen wir hin. Und die haben extra für Darko, so eine Kellnerin, hat extra so Frühstück zur Seite geklickt. Ganzes Buffet für den Aufkommen. Alle anderen Leute gehen hin und sagen, gibt's noch Rest. Nein, Darko sitzt so in der Mitte. Das ist urviel noch so. Ha Leo, Markus, wollt ihr auch? Ich hab urviel. Schwein. Der war, das ist, das ist moderartig. Alter, das sind meine Wingerschuhe. Ich hab nur einen von Essen geschenkt. Ha 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 ha. Michel, du kämpfst auch jetzt, oder? Da kann ich immer Bauch machen. Da kann ich immer Bauch machen. Da kann ich immer Bauch machen. Was? Was? Gegen Merk Özil drin. Wenn er herkommt. Wenn er herkommt. Halt! firstiler... Du bist vollviel. scrist. Du bist toll lächer Polyvag движ. Hihiihihi. there. Ja, zur Tradition. Schau, Dako. Da steht Adin, da steht Dako, da steht Marco. Da auf dem ganz Kleinen steht Philipp. Ah, wirklich auf dem Philchen? Philipp steht auch drauf? Ja, sicher steht auch drauf. Draufschreiben kann man, was man will. Ich glaube, Philipp wird es löschen. Komm, mit dem Tittenkiller. Das sieht ein bisschen so psychiatriemäßig aus. Wie kurz bist du? Bein, Arm, Koordination. Das kann ich eh nicht. Ich finde, dass du versägerst. Also, ihr habt es gehört, Leo ist obdachlos. Ich bin nicht obdachlos, ich bin ein Reisender. Er ist ein Reiskorn. Obdachlos. Wenn ihr den Leo, oder... Schande. Ich möchte jetzt nicht den Leo vorschieben, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr helfen wollt, dass der Kanal wächst, dass wir mehr Videos machen können, dass die Qualität sich ein bisschen steigert, könnt ihr jetzt Mitglied werden. Natürlich ist keiner gezwungen. Wenn trotzdem jemand sagt, mir gefällt das so gut, ich möchte den Jungs helfen, dann könnt ihr Mitglied werden. Damit wollen wir eben solche Sachen finanzieren, wie dass wir nach Schweden fliegen und dort wieder drehen im Allstars Team oder zum Beispiel jetzt eine Rakic in Zagreb besuchen. Das ist natürlich eine große Hilfe, wenn man durch YouTube auch ein bisschen Kohle bekommt. Wer das nicht zahlen will oder zahlen kann, uns reicht es, wenn ihr die Videos anschaut, wenn ihr liked, wenn ihr teilt, wenn ihr abonniert. Das sage ich sonst nie, aber da kurz mit mir dazu. Ich liebe Aucali. Interessant, wenn das Foxchirm zu leer ist. Man wird schon ein bisschen melancholisch. Das ist meine Kindheit. Man, das ist so richtig Oldschool-mäßig mit diesem weißen Sein. Wie du das siehst, im Peaky Blinders oder in einem alten Western oder so. No chance, der mit mir bleibt. Aber wenn wir den Ring mitnehmen, vielleicht ist er verflucht und dann verfolgen wir uns so Thai-Box-Geister. Ja genau, deswegen will ich ihn mitnehmen. Ich will so ein cooles, verfluchtes Katana haben wie der Zorro. Aber du hast einen verfluchten Ring. Das hält dann Pech für meinen Sohn, weil für ihn wird das nämlich das Gitterbett. Das Foxgym. Und ich glaube, da gibt es viele Meinungen, die abweichen jetzt von dem, was ich sage. Das ist das legendärste Gym in Wien. Weil hier wirklich Oldschool-traditionelles Muay Thai unterrichtet wird. Von einem der legendärsten Trainer in ganz Wien, der sehr viel Zeit in Thailand selbst verbracht hat, um authentisch diese Kunst dort zu erlernen und hier weiter zu unterrichten oder weiter zu geben. Und was cool ist, ist, dass es alles kein Ende nimmt jetzt. Wir sind nur weg von dieser Location, die ja schon mit sehr viel Spirit behaftet ist. Weil wir haben schon sehr viel geschwitzt und geblutet hier. Und auch sehr viele andere Leute, die jetzt keine Foxgym-Athleten sind, aber mit uns gemeinsam zusammengearbeitet haben, weil die Szene ja schon relativ überschaubar ist. Aber ja, der Ring kommt noch wo unter, bei zwei Leuten oder eher gesagt bei einem. Das ist mein Ring. Das ist mein Ring, absolut mein Schatz. Und du wirst sehen, die Abonnenten werden das entscheiden in den Comments, dass das mein Ring ist. Bitte sagt es ihm, er hat es gar nicht verdient. Ich habe es am meisten verdient von allen. Ich bin zwar Ringer, aber da kommt schon das Wort Ring vor. Verdammt. Okay. Ich muss sagen, Martin hat mich wieder genötigt. Ich habe mich urlange gewehrt und gesagt, Martin, wo gehen wir den Ring hin? Wir haben keinen Platz für den Ring. Und Martin ist ein bisschen so wie meine Ehefrau. Nervt mich so urhart, bis ich dann sage, ja, okay, Schatz, komm. Komm, Schatz, nehmen wir den Ring. Und jetzt wird er sicher ewig irgendwo in einem Lager vergammeln, bis Martin dann sagt, ja, eigentlich kann es ihm weg werden. Das war alles umsonst. Aber ich habe jetzt den Ring. Und ich hoffe, er wird bald wieder aufgebaut. Abschlussworte. Abschlussworte zum Fox Gym. Ich bin jetzt, glaube ich, von zehn Jahren ins Fox Gym kommen. Zehn Jahre jetzt sicher. Als Ringertrainer. Und ich glaube, von allen Gyms, wo ich war, ist das das Familie Erste gewesen. Richtig cool, richtig authentisch. Und auch wenn es das Fox Gym weitergibt im 22. Prinzip, war es schon hier irgendwie so voll die schöne Zeit. Und deswegen, eigentlich müssen wir uns auch den Ring rauch xi 야, Martin, hast recht. Ich hatte sie mir washing, ich hatte sie jetzt also sehr. Ja, sagt. Ich bin zu top! Nicht so anstrengend aus. Ist auch nicht so schön. Nur für Darko und Schober. Wenn ich den Kapp abseiten muss, bist du Schober. Wasp! Wasp! auch hier ja ja ein ja Oja, uja, 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 uja! Aktivität verpladen. Uff... Danke, Markus. restauranten. Jetzt kommen wir die Leberkäschen an, oder? Die Leberkäschen unter Pia, unter der Klinik. Ah, viel Spaß, Helena!